So, herzlich willkommen meine Grie und Grie und zurück zu Penumbra Black Plug. Ich glaube, ich, also ich hab's gefunden, ich wär, also ich hab's im Internet nachgeguckt. Es hat natürlich was hiermit zu tun. Some piping, yet another described piece. Pipes is an explosion, genau. Der Gedanke war schon richtig. Und zwar, passt auf, passt auf, das probieren wir jetzt aus. Hier. Da, ihr wollt mich da verarschen. Okay, und jetzt das Ding da rein. Okay, Leute, ich gestehe, ich gestehe ganz ehrlich, darauf wär ich nie gekommen. Darauf wär ich nie gekommen. Es ist... Ja, man, okay, die Schande muss ich über mich da gehen lassen. Da könnt ihr, könnt ihr den Kommentar auf mich einprügeln, äh, seh ich einen. Man hätte, man hätte definitiv drauf kommen können. Wir spielen das Spiel ja... Spiel ja schon eine ganze Weile. Ähm... Das war einfach wirklich... Besonders, weil wir die Engine mit dem Kombi... Geh' einen rechten Turn. Monge, sie... sie sind überall. Geh' nicht weiter. Schau' sich um. Sie werden uns getötet. Scheiße. Okay, was auf, ich speichere kurz ab. Das war übrigens das Einzige, was ich geguckt hab. Ich hab weder wegen dem, wegen dem, was uns noch fehlt hier geguckt, noch wegen der Schmuppdatei. Es war wirklich nur das, weil es wurde mir auch relativ, relativ schnell vorgeschlagen. Vorgeschlagen. Nur zu Sicherheit. Ein was? Ein zu... Ein switch. Scheiße, scheiße. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Nein. 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 So, Kollege, ich nie lutz. Ich muss weg. Oh, Jesus, Mariah, Carrie, and fucking Joseph. Oh, this area is being locked down. Oh, verdammt. Das war zu kurz. Ah. Ah. Kameras nicht erfasst werden, Freunde. Okay. Okay, das ist interessant. Ja, ich finde es auch unheimlich. Und ich kann mir auch nicht so ganz vorstellen, was die hier gemacht haben. So, die Kamera müsste... Ach, das ist die. Ey, wir müssen ja nicht schleichen. Es geht ja nur darum, den auszuweichen. Ja, ja. Wie heißt du nochmal? Wie heißt du nochmal? Ich hab deinen Namen schon wieder vergessen. You don't want to die. I don't want to die, too. Okay. Ich folge gerade einfach nur... Oh, wow. Oh, ich folge gerade einfach nur meinem Instinkt... Okay, hier ist... Hier ist ein Hebel. Die Tür hab ich schon gesehen. Ich suche jetzt hier gar nicht nach... großartig nach sammelbaren Objekten oder so. Scheiße. Scheiße. Aber uns beobachtet hier unten doch niemand, oder? Boah, ich hab so Glück bisher mit diesen Kameras. Zumindest hier jetzt auf der zweiten Ebene. Ah, da ist noch ein Hebel. Okay. Ist eigentlich ganz geil. Fühlt sich so ein bisschen Agenten-mäßig an. Okay. Nice. Licht. Ich weiß weder, was die Schmuck das heißt. So, ich... So, ich... Ich... Ich weiß gar nicht, ob wir nochmal zurück müssen. Nein, nein. Scheiße. Okay. Hoho. Nice, Freunde. Boah, das war jetzt wirklich... Das war jetzt einfach Urinstinkt. Einfach Urinstinkt. Oh, die führt uns wahrscheinlich zu der anderen Sicherheitstür am Anfang des Levels. Was bist du? Das ist die Substanz 65 hier. Das ist sie. Nice. Boah, ich glaub... Das Ding ist, ich rede ja immer davon, auch so Tutorials zu machen, wie ich... Wie ich, ähm... Da ist diese Box, die brauchen wir. Wie... Wie ich so... Also so Guides... Ich hab ja mal ein paar Guides gemacht, die sind leider immer sehr aufwendig. Auch hier würde ich gern, glaub ich, wieder ein Guide zu den Strange Objects machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaff. So. Äh... Ja. Was? Emergency Security Protocol enables the final line of archaic security designed to protect all remaining human inhabitants at all costs. Do you want to engage emergency? Yes. 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 Is there an emergency? Yes. Are you telling the truth? Yes. Good. Did you cause... Yes. I apologize and will not do it again again. Huh? Is there an emergency figure of... Or literal? A figure of emergency might, for example, involve an undersupply of coffee to the vending machines? A literal emergency, on the other hand, might involve flesh-eating monsters, repeat? Ja. Ja. Es beschreibt es ganz gut. Excellent. Your scenario matches the required conditions for engagement for the emergency... Would you like to engage the emergency protocol? Was? Yes. Sorry, the facility is currently in a state of emergency and the emergency protocol cannot be engaged. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das eine Ver... Ist ja... Ink... Ink... Ist das gut? Ist das gut? Einfach dieses... Ähm... Fe... Ist ihnen... Ist ihnen... Es gibt zwei Möglichkeiten... Das ist übrigens immer das gleiche, was da entsteht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ist ihnen den Kaffee über die Tastatur gerollt oder werden sie von fleischfressenden Monstern gejagt? Okay. Ich glaube... Was ist das? Instructions on how... Ah... On how to operate the containment chamber, how to manage the substance with the substance and the fluids. It's very detailed and complex. I better be careful. Okay. Boah, das könnte auch wieder so... It's stuck according to the instructions. It operates the flow of the fluids. Okay. Das ist dieser Substanzen-Container. Den packe ich jetzt da rein. Oh. Das ist easy. Okay. Scheiße. Scheiße. Äh... Wie diese Spiele in diesen... Ich kenne das irgendwie nur aus Asien. Wisst ihr diese... Diese Greifarme. Da gewinnt man aber irgendwie nie was. Hast du es? Auch wenn ich zugeben muss... Nein! Gut. Okay. I got the substance. I better find a new way out of it. Gut. Wir haben diese Sondersubstanz. Er rastet vollkommen aus. Kollege Schnürschuh ist... Ist richtig auf Krawall gebürstet, Freunde. Okay. Termination in two minutes. Äh... Scheiße. We're there. Nein. Scheiße. Scheiße. Was ist das denn für ein Drecks Parcours hier? Was ist das? Was soll ich hier machen? Nein, nein, nein. Nein! Okay. Mit der Substanz in Toe. I was close to riding myself of the disease. Once it was done, I hoped I'd be able to contact the Turngate mind as I had my father. I had to know, told him to make him give up like that. Okay. Also wir haben quasi diesen Turngate-Verstand gezeigt. Also wir haben Kontakt zu ihm aufgenommen, wie es unser Vater getan hat. Und wir mussten ihm klar machen, dass er aufgeben kann. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, du musst einen Weg nach dem Strang zu verhindern. Willst du wissen, was ich denkst? Ich nehme dich mit mir. Scheiße. Scheiße. Okay, ich muss zum Extermination Room. Scheiße. Das ist eine Sache. Wir müssen zum Examination Room. Es ist so gemein, was ihr macht. Nein, das ist schon wieder eine Sackgasse. Hä? Oh mein Gott, was passiert hier? So, hier sind wir, Ende der Linie. Kein Goldschicht, kein... Danke für die Lachen, Clarence. Nichts, nur ein Potion und eine große, fatte... Screw you. Gute Zeiten. Oh. Okay. Freunde. Erstmal speichern. Wir haben sie überstanden. Zustand? Stabil. So. Okay. Uns fehlt aber doch immer noch. Ähm. Ich... Ja. Ich lese es mir nochmal kurz durch. Oder ich überfliege schnell. Aber eigentlich müsste uns noch was fehlen. Ja, den Mixer haben wir. Aceton, Chlorin, Sulfur, Iodid, Nitrogen, Brumin. Kein Goldschicht wird automatisch in der Sackgasse listet. Ähm. Die wichtigste Edition ist... Ja, Substanz 65. Die haben wir. Degree. Ja. Alle Chemikalien sollten in diesem Z-Blabla... ...and stored according to... ...to listed orders. In dieser Reihenfolge. Ah, in der Reihenfolge. Was? Note that due to an error during manufacturing, the lower button row... ...got reversed numbering. Making the rightmost start at 4... ...and then increasing to the left. Was? Okay. Das werde ich heute nicht mehr schaffen. Wir müssen bloß noch irgendwie dieses... ...den Schwefel finden. Der muss hier noch irgendwo sein, Freunde. Aber... ...damit werde ich mich halt nächste Woche auseinandersetzen. Weil jetzt ist die Folge vorbei. Immerhin sind wir ein bisschen weitergekommen, würde ich sagen. Das ist doch schon mal nice. Immerhin sind wir ein bisschen weitergekommen. Gut, Freunde. Ich verabschiede mich für heute... ...von... ...von Penumbra Black Black... ...und freue mich sehr auf nächste Woche. Hauptsache bis dann rein. Euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.